Ich würde mal sagen, wir starten einfach mal das erste Match. Uh, geht schnell. Äh, yo. Na dann, mal gucken, welchen Champ wir bekommen. Quinn. Ah, Quinn spiele ich selten. Bin ich eigentlich nicht so ein Fan von. Ich glaube, ich werde rerollen. Ich mag zwar Range Champs ganz gerne, aber Quinn spiele ich viel zu selten. Das heißt, wir rerollen mal. Taric. Hm, jetzt werden wir rerollen direkt nochmal. Tristana. Guck mal, Tristana geht doch klar. Ich habe leider keinen guten... Habe ich einen guten Tristana-Skin? Ich gucke mal hier. Ich gucke mal. Wow. Da wird erstmal geboostet, Freunde. So. Spirit Blossom Tristana. Viel Spaß mit euren Skins. Neuem Aram übrigens, für alle Leute, die das noch nicht kennen, ist das hier. Ja, es gab ein kleines Update. Man kann sich jetzt hier... Ach du Scheiße. Erstmal rein da. Erstmal ein bisschen Damage machen hier. Toll, die Zoe hat direkt schon Kill gezogen. Ich weiß nicht, wie es euch geht übrigens. Ich bin zum Beispiel jemand... Ich locke die Kamera auf den Charakter. Ganz schlimm für viele. Weiß ich. Ich kann auch mit nicht gelockter Kamera spielen. Macht mir persönlich aber nicht so viel Spaß. Ähm, spiele ich persönlich sehr ungerne. Auch, ne, ist einfach so eine Gewöhnungssache. Ich mag einfach wissen, wo mein Charakter ist. Und... Aber wenn ich Top-Down spiele, ist das halt schon echt ätzend, muss ich gestehen. So. Mann, die haben eine Reichweite, das ist zum Kotzen. Guck mal, da kommt der Schneeball. Äh, hätte ich jetzt eine Soraka am Start, wäre das alles gar kein Problem. So. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Entschuldigung. Ich muss das mal hier ganz kurz verschieben. Ach, Leute, was ist das denn? Sorry, Leute. Ich muss ganz kurz was checken. So. Okay. Alles klar. Wow, wir sind ziemlich low. Take my heal. Aua. Mach mal nicht. Ich glaube, das wird eine sehr unangenehme Runde für uns. Wie lange seid ihr noch auf Arab-Rugat? Da kommt der Schneeball. Guck mal jetzt. Oh, leul, leul. Der macht so ein Damage. Das ist unfassbar. Alter, Falter. Oh, oh. Oh Gott. Du hörst nur den Sound und denkst direkt schon so, oh Gott, schnell weg. Ai, 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 ai. Wie kann man beitreten, wenn ihr eine Kaste macht? Gucken wir dann gleich, Freunde. Gucken wir gleich. Ai, ai, ai. Oh Gott. Oh Gott, Freunde. Ai, ai, ai. Das wird richtig wild jetzt hier. Äh, gut. Aber wir kaufen uns mal hier den Cloak. Und dann gehen wir mal direkt wieder rein hier. So. Gucken wir mal, ob wir jetzt rankommen. Ich sag euch, das ist bei Arams wirklich so eine Sache. Range ist einfach wichtig. Oh Gott. Zu drowsy. Oh, da ist ja mal einer. Gar nicht gesehen. Wunderbar. Die kriegen wir da hinten auch noch, oder? Schönes Ding. Ich sag euch mal wegschnipen, oder so. Oh Gott. Komm schon. Ja. Nein. Nein. Oh Gott. Ich hatte Resurrected. Sehr schön. Dann kriegen wir auch noch auf. Naja. Kills haben wir keine bekommen. Aber sehr viele, äh, sehr viele Assists. Das ist doch auch schön. Gucken wir mal. Die 50 Gold warten wir noch ab. Odi, was sind das für Kopfhörer? Äh, die sind von Shure. Total geile Kopfhörer. Kann ich euch sehr empfehlen. Äh, ich glaub, wenn ihr Ausrufezeichen Shure in den Chat eingibt, dann kriegt ihr sogar den Link dorthin. So. Boah, wir machen uns erstmal warm. Ist ja das erste Game jetzt. Äh, bitte erwartet nicht zu viel von mir hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, bitte nicht. Ich möchte das nicht. Na, komm ran. Mit deinem Schneeball hier. Ha, ha. Weggesprungen. Boah, die machen einen Damage. Das ist unfassbar. Und die haben auch eine Range? Eieieiei. Eieiei. Oh Gott, da kommt der Schneeball schon wieder. Nun. Ha. Gefallen dir die besser als die DT770 Pro? Ähm. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, zum Musikhören auf jeden Fall. zum Zocken, auf jeden Fall zum Streamen, absolut in Ordnung. Ja, die DT-770 Pro, die sind ja so, äh, krass, ähm, neutral. Ja, damit du gut abmischen kannst. Und da sind die auch in dem Bereich, sind die ungeschlagen. Aber die stehen dem wirklich überhaupt nicht nach. Also ich mag die wirklich ganz, ganz gern. Tolle Kopfhörer. Ja, 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 ja. Ey, die haben eine Reichweite, wir können nix machen, ne? Ja, komm ran. Ei, 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 ei. Ha, ha, alter Feiler. Ich krieg ihn nur auf den Sack. Hier sitzt doch irgendwo der Peik wieder drin, letten. Oh, oh. Ihr hört das auch, oder? Hey, komm mal her. Renn bitte in deinen Kollegen rein, ja? Oh Gott. Die Stunts sind halt einfach so wild. Ey, die ganze Zeit. Ich hab das dauerhaft, dass ich mich nicht bewegen kann. Das ist so gemein. Na gut, komm. Wir kaufen mal weiter ein hier. Schauen wir mal, was hier so los ist. So langsam kommen wir wieder ran. Das ist ganz gut. Aber trotzdem sehr, sehr skeptisch, ob wir die Runde überhaupt holen können. Zada. Freunde, ihr macht das aber wunderbar. Bin sehr stolz auf euch. So. Da sitzt doch bestimmt irgendwo wieder der Peik drin, ne? Der alte Gebüschgänger. Hat Sure auch offene Kopfhörer? Ach, guck mal, wer da kommt. Äh, ja, ich glaube ja. Oh, lol. Haha, Gott. Aua, aua, aua. Das hat weh. Ey, hör doch auf jetzt. Digga, zwei Hits und du bist weg vom Fenster. Das ist ja nicht normal. Was soll ich denn jetzt machen? Das ist so schlimm. Wahnsinn. Aua, 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 aua. Yo, wild. Das, äh, wir hatten einen kurzen Moment. Aber ich krieg halt auch keinen einzigen Geh. Ich komm nicht dran, ne? Ja, der Siljen ist, äh, ist, ist ein guter. Ja, ja, der gibt mir hier jedes Mal den, den, den Rest. Muss man schon sagen. Ist sehr nett. So, der kommt noch durch. Hat aber nicht gereicht, schade. Ja, wir räumen mal ein bisschen auf hier. Freunde, jetzt wird mal ein bisschen aufgeräumt hier. Oh, was? Oh, nein, ey. Oh, ich hasse es auch immer. Das ist so unangenehm. Ah, bitter, 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 bitter. Guckt euch das an, ey. Ah, es ist, äh, ah, es ist eine Farce. Das ist eine Farce. Ah, das ist das, was ich bei Arams halt wirklich gerne mag. Du weißt halt nie, was passieren wird. Mal hat das Gegenderteam halt eine absolut starke Kommt, gegen die du wirklich keine Schnitte hast. Äh, da machst du nix. Kann ich mal was mitnehmen hier? Ne, warten wir auf den Phantom Dancer. So. Hallo, guten Tag. Musst du da mal was sagen? Du gehst halt rein und du kannst nix mehr machen. Du bist einfach aufs Leben weggezählt. Ich guck dich an, er geht gegen fünf rein, Alter. Ist einfach brainless. Völlig krank. Hei, 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 hei. Wenn ich mal kurz die Zeit nutzen, um, äh, meine Cam doch noch mal ein bisschen hochzustellen. Ja, damit ihr die, äh, Death Timer besser seht. Vielleicht auch ein bisschen kleiner hier. So, zack, bumm. So ist doch nett. So machen wir das doch. So, wunderbar. Ich bin auch wieder da. Ein enemy has been slain. Äh, oh, komm, die 50 Gold warten wir ganz kurz. Das ist, äh, ja, das war, das war wild, ne? Aua, aua. Ah, da sitzt sie. Wunderbar, rein da. Ja, natürlich, Alter. Oh Gott. Na gut, ich, ich geh da vielleicht dann doch nicht hin. Ja, jetzt kommt nämlich gleich wieder die Zoe und schießt aus 3000 Metern Entfernung. Ich versteck mich einfach hinterm Tower, da sehen sie mich nicht. Geh weg mit deinem Schneeball. Oh Gott, oh Gott. Ja, ja. Ja, ja. Mach mal. Haha, das ist so bitter. Nein, was? Mit er hat er mich noch gehuckt, die Sau. Es ist halt, es ist halt witzlos. Die können ja machen, was sie wollen. Ich kann bei keinem Schnitte gegen die. Komm nicht ran. Hach, fiese Nummer. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Der Pike hat auch schon 14 Kills auf dem Konto, ne? Also, da machst du gar nichts mehr. Es ist wild. Na, guck dir das an. Oli, dein Penta. So wie 10-1, ja gut. Wenn die einmal einkaufen geht, ist es vorbei, ne? Es ist, ich kann nichts machen. Du bist, du bist dauerhaft einfach weg. Also, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber der CC ist halt ekelhaft. Wirklich. Also, du gehst da rein und das war's dann auch. Aber, lief ganz gut für uns. Aber gut, umso schneller kommen wir zum 5v5. Das stimmt. Das ist... Ich hab nur die Sorge, wenn ich dann gegen euch spiele, Freunde. Dann werde ich aus dem Leben gefokust. Da bin ich mir sicher. So, da sind wir wieder da. Rein da. Gut, gucken wir mal, was wir hier so machen können. Was geht da unten so ab? Oh Gott. Sie flüchten schon. Ah, kannst du vergessen. Das kannst du so vergessen. Das kannst du so vergessen. Einmal rein, direkt tot. Ah, ich seh schon, ja. Hallo, Ravi. Ich grüße dich. Macht's euch gemütlich. Wir spielen auf jeden Fall noch ein paar Runden. Hab mir gedacht, heute als Ersatzprogramm wäre doch ganz nett, wenn wir einfach ein paar Community-Games mal wieder auspacken. Nun, Leute. Was da passiert? Guck schnell raus, da. Natürlich. Guck dir das an. Guck dir das an, Alter. Das ist absurd. Ich spring einfach raus. Raus da. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist einfach... Das ist einfach furchtbar. Das ist einfach furchtbar. Das ist einfach so schlimm alles. Oh Gott. Ich möchte das nicht. Bitte beendet das Spiel. Danke. Oh Gott. Freunde, wir haben alles gegeben, aber... Vor allem der Renekton, stabil hier. Ähm, aber gut. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen, Freunde? Sollte halt einfach nicht sein. Das war nicht unser Spiel. Ja. Oder man sollte sagen, GG. Äh, GG gut kommt. Alles. Slash all. Auch schön. Defeat. Oh Gott, der wiegt schwer. Ei, 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 ei. Aber das ist Aram, ne? Da machst du... Da machst du einfach gar nichts. So. Ich fand ja, dass unser... Äh... Wo ist er denn? Unser Renekton ist auf jeden Fall top gewesen. GG. Gut gespielt. Sehr gut. Ui, 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 ui. Bitte, bitte, bitte. Ich konnte ja kein Damage machen. Ich kam ja nicht ran. Es tut mir so leid. Aber ich krieg den Honor. Vielen Dank. Wahrscheinlich, weil ich geboostet hab. Ich tiloffen. Das wird irgendwie zu вам.